Hallihallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Orient the Blind Forest. In der letzten Folge haben wir uns hier ein bisschen umgesehen und noch eine Lebenszelle gefunden. Und in dieser Folge werden wir uns nun auf den Weg begeben, ob wir nicht noch mehr Geheimnisse entdecken können, ehe wir zum Mount Horos aufbrechen. Wir wollen uns einfach überall ein bisschen um. Au. Gehen wir hier unten rum. Und abwärts. Vielleicht halt einfach mal den Charge geschlagen. War das gerade ein Wilhelm Scream? War das ehrlich gerade ein Wilhelm Scream? Moment mal. War da oben links irgendwas? Jo. Irgendeine Abilities her. Schauen wir erstmal, ob wir da unten hinkommen. Sollt einmal da oben beim Teleporter speichern. So, und weiter geht's. Hier rechts lang. Okay. Okay. Ja, hatte ich recht. Eine Ability Sale. So, wo habe ich noch was übersehen? Da links, aber da muss ich, glaube ich, irgendwas runterdrücken. Da links, da oben. Da oben vielleicht. Und probieren wir das mal aus. Erstmal einen Soling setzen. Bevor ich jetzt Schermut die nochmal einsammeln muss. Weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch. Hier rein. Weichern. Au, 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 au. Und aufwärts. Und das hat sehr wehgetan. Und ja, ich hatte recht mit meiner Annahme. Erstmal kurz. So. Ich glaube, damit ist es jetzt deutlich einfacher, die Geheimnisse zu finden. Es tut mir jetzt leid, das bedeutet nämlich auch, dass ich jetzt deutlich mehr Zeit mit dem Suchen verbringen werde. Schauen wir uns erst mal hier unten um. Vielleicht mache ich diese einfach nur Sachen Suchparts 30 Minuten lang, dann verschwende ich nicht ganz so viel Zeit. Ach, nee, ne? Okay, ich habe wenigstens da gespeichert gehabt. Au. 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 Aber jetzt aber. Tschüss. So, dann möchte ich einmal da hoch. Speichern. Und weiter zum nächsten Ding, was ich einsammeln möchte. Habe ich da links alles? Ganz links ist noch etwas. Jetzt werden wir mal da ganz links hin. Wee. War ich hier schon mal? Ja, ich war hier schon mal. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ach doch, hier bin ich hochgeklettert damals. Okay. Nie. Ah. Ich. Ach. Autsch. richtig mal los. Perfekt. Und weiter geht's. Ach, das Ding gab's hier genau. Ich hoffe, ich muss das Ding jetzt nicht wieder da rausnehmen, um hier weiterzukommen. So, hier durch. Hier lang, hier hoch. Hier höher. Weiter nach links. So, und weiter. Und. Au. So, ich muss hier hoch. Hier durch. Und hier ist es. Da war sonst nichts mehr bei. Okay. Au. Kurz mal speichern. Und dann schnell hier zurück. Hm. Bin ich da einfach nur nicht mehr nach links gegangen? Oh, ich hab tatsächlich mal ein Gebiet zu 100% fertig. Na also. Sehen wir mal einer an. Da braucht man nur einen Warlock und schon findet man alles. So. Wo geht's als nächstes hin? Da unten. Natürlich, dich gibt's jetzt wieder. Au. Ich hasse euch. Wisst ihr was? Ich spende einfach mal so ein Ding für euch. Das hab ich bis jetzt noch nie zum Camping benutzt. Und es hat keine hohe Reichweite. Sag mal, wieviel ich Schaden... Okay. Einfach meint. Ich hab einfach mittlerweile so viele Tasten, die ich zum Angreifen benutzen kann, dass ich den Überblick verloren hab, welche sich lohnen. So. Ach nee. Nee. Äh. Komm. Wörtlicher Spurt. Habe ich sogar schon eine Fähigkeit für bekommen. Gut. Dann einmal schnell auf die andere Seite und Leben wieder auffüllen und speichern. Ja. So, möchte ich jetzt von hier aus speichern oder... Ach, stimmt ja. Da unten links kam ich nicht mehr rein, ohne mich zu teleportieren. Möchte ich erst da unten links rein? Ja, wo ich schon mal hier bin, dann habe ich es hinter mir. Oh nein, übrigens. Ich glaube, das ist das Gebiet. Okay. Dann schauen wir doch mal da unten lang. Weil das Ding jetzt eingefroren ist, komme ich ja auch so lang ohne diese coolen Items. Klar bekomme ich ja Schaden. So. Au. Wie konnte ich das hier mal sehen? Das war nicht mal versteckt. Und da haben wir das hier auch schon fertig. Dann geht's jetzt aber als nächstes hier runter, um das Ding zu holen. Rechts lang. Okay. Weniger Kämpfen. Ich glaube, ich muss das nächste Mal meine Kampffähigkeiten ein bisschen aufferten. Oh. Ich sehe mein Problem. Schieß mir mal bitte kurz ab. Danke. Ich möchte natürlich auch mit vollem Leben starten, wenn ich schon mal hier bin. Ich dachte, es wird auch beim Teleportieren aufgefüllt. Scheinbar nicht. So kann man sich irren. Da oben war ich schon. Und jetzt hier unten lang. Nope. Andersrum bitte. Okay. Na klar. Okay. Kann ich falsch fallen. Ding kurz abschießen. Hier einmal schnell speichern. Und abwärts. Weiter abwärts. Ach ja, du bist ja der, der mich irgendwo gegen geschießen muss. Mein Fehler. So, die Frage ist, wie öffne ich dich. Moment, kann ich dich dagegen schießen? Böte mich mal bitte. Ich meine, es wäre eine Möglichkeit, die mir jetzt gerade in den Sinn kommen würde. Ich denke aber nicht. Aber hey, ich kann es versuchen. Okay. So, komm du mal hier hoch. Verdammt. Okay. Schauen wir uns einfach hier ein bisschen um. Vielleicht. Das ist hier ja irgendein Schalter zum Umgelegen. Hier unten wohl eher nicht mehr. Wenn dann da oben, denke ich. Vielleicht nehme ich die Abkürzer zurück. Da oben, da wusste ich nicht, was ich da machen soll. Genau. Ist das eine Art Schalter, die ich mir erst später freischalte? Wäre möglich. Okay, dann kommen wir da später drauf zurück. Wo geht es denn als nächstes lang? Dort unten. Kurz sich zerstören. Und weiter geht es. Ah. Zau links setzen. Runterschicken. Runterschicken. Und nach rechts lang gehen. Ah, der eine hat überlebt. Ist mir jetzt auch egal. Ah, nimm das. Okay, und hier wusste ich nicht, wie man da runterkommt. Irgendwas hier oben vielleicht. Wäre jetzt doch das erste, was mir einfallen würde. Um... Ähm... Nope. Nope. Das ist schon wieder so ein Ding. Sind das alles geheimische Eintrachter, die später noch umgelöst werden? Ich habe keine Ahnung. Tja, wenn ich da keinen Schalter finde, dann finde ich da keinen Schalter. Das Ding da oben links kann ich aber mal einsammeln, wenn ich jetzt nicht versehentlich irgendwie es geschafft hätte, Xbox Live zu öffnen. Wie habe ich das geschafft? Auf dem Computer? Ich habe keine Ahnung. So. Wie sieht es mit der Ability-Sell da unten aus? Die sieht doch verfügbar aus. Okay, die Dinger nur. Weiter runter. Weiter runter. Hier links lang. So, und zwar kommt man da einfach von da unten rein. Und da bin ich nicht einfach so drauf gekommen. Okay. Da unten wird es dann da zum nächsten gehen. Schauen wir da mal nach. Okay. Und hier lang. Hui. Äh, hoch. Okay. Höher. Und da bin ich. Das hat wehgetan. Das hat wehgetan. Keine Ahnung. Ich möchte hier hoch. Ich vermute, diese ganzen Laternen kann ich anzünden, wenn ich erstmal... Was auch immer ich gerade suche, habe. Hallo? Oh. Keine Ahnung. Hier sind keine mehr. Dann da unten rechts vielleicht. Da oben. Da oben links. Da bestimmt. Oder da oben. Hm. Gucken wir uns mal um. Andererseits, wir sind bei 20 Minuten. Für diese Folge machen wir Schluss. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.